Auf der anderen Seite hat bei mir tatsächlich in diesem Spiel die Verletzung von Marc vieles überlagert, muss ich ganz ehrlich sein. Ich war auch geschockt vor dem Fernsehen. Ich war dann froh, als er sich meine Nachricht hin auch dann gemeldet hat und gesagt hat, alles okay, soweit. Und er will nur schnell nach Hause, nach Köln, in seine Wohnung. Und das ist natürlich ein Stück weit eine Erleichterung. Deswegen war das Spiel schon sehr bei mir unter dem Eindruck dieser Verletzung gestanden und das Ergebnis hat dann bei mir tatsächlich nicht so die große Emotionalität ausgelöst, sondern das andere hat überlagert.